sich auf den zu verlassen ist auch ein fehler schreibt man gerade in meinem chat ja das ist wahr ich habe letztens eine nachricht bekommen von der person der ich sechs monate nicht geantwortet hat sie so zwei die geschrieben einfach nur den smiley ohne mund ist oh da war ja was upsie dann geantwortet gesagt ja das ist so wenn ich war so oder so schon kacke antworten und jetzt ist nicht mein mein kopf abgestürzt sondern mein obs moment what the fuck bin wieder da vielleicht weiß nicht nicht genug kram oder so nein das kann es nicht sein ach so bist du ziegenbauer hast du ganz viele ja so wie mache ich denn jetzt strip mining so ein bisschen hier so leicht schon ewig nicht mehr gemacht ich glaube du brauchst erst mal eine eisenstange ich bleib bei der deutschen version wilhelm aber ist nicht mein name wilhelm ja an die besten sachen ändert man sich halt nicht damit man nicht merkt wie scheiße das damals eigentlich war jetzt wo wo mashirochin da ist ich ich erinnere mich wie wie damals die aufnahme bei der stream bar lief das fand ich immer noch feierlich ich streame so fröhlich vor mich hin vampire the masquerade bloodlines plötzlich satten liegen maschirochin und sagt qualitätsüberprüfung nicht so also mir wurde einfach nur geschrieben ja du bist dran oder du bist drin ja sehr gut ist auch schön stille qualitätsprüfung was möchtest du denn bitte mit dem helm nun ja der ist dafür da dass ich gut morümen sammeln kann fettchen ich glaube er lügt bei bloodlines brauchst du dich auch nicht wundern dass du aufgenommen wirst ich meine ich habe doch immer nichts von dem spiel mehr angeschaut so bei dem doch sehr freizügigem bild weiß ich nicht ob das wirklich so unverwunderlich ist ja ich habe ich ja das habe ich nicht vergessen ich habe bloß die brücke nicht geschlossen sind zu dir so also du kannst plötzlich satten lieben so ja gute fack ist es qualitätsprüfung die feige ich merke gerade dass ich heute noch nicht viel gegessen habe übrigens upsie da war was körper braucht nahrung ja ich kenne das spiel nicht das ist echt schlimm dass das spiel nicht kennst also das ist echt so ein spiel das musst du nachholen fragen wir uns so an stehst du auf rollenspiele ja auch wenn du so fragst ne kauf mir doch erstmal ein trinken vorher aber ja ich finde rpg ist nicht bad das ist wahr ja ja dann ist das perfekte spiel für dich der eine ist zu wenig der andere trinkt zu wenig also wer wer ist also ich trinke heute schon den ganzen tag energy drink also ich will nichts hören ich habe auf beziehungsweise nicht aufgehört aber ich habe meinen energy drink konsum halt ein bisschen runtergeschraubt ja ich auch zwei stück pro tag ich hatte vorher täglich immer eingetrunken aber ich habe so ich will jetzt quasi nur noch samstags weil ich weiß nicht irgendwie mein biorhythmus ist so schon kaputt genug und ja aber es ist auch relativ gut dass ich weniger nervös bin weil das hat doch schon ein bisschen nervosität bei mir mal weiter angefacht ich bin nicht aufgedreht nein 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 oh was wie oh ein stein dann klopfen wir mal weg oh da ist noch ein stein oh guck mal da ist noch ein stein aufgedreht ja nicht das ist das schlimme man merkt mir nicht an wenn ich irgendwie so ich glaube ich gerade alle leute aufgeweckt die friedlich am einschlafen so oder schatten resident sleeper so wie mache ich das jetzt im dürften kannst du noch schlafen gar nicht ich stream ja wer braucht schlaf wenn er streamen kann schlaf jetzt sowieso überbewertet komm schon give me diamonds ich glaube auf dem server gibt es keine diamanten ich müsste schon längst welche gefunden haben ich glaube die hat kai alle mitgenommen ich habe nämlich 20 in der alten welt wenn du möchtest kannst du einmal durch das portal und die dir holen oder davon welche nehmen ne die werden ja geschmuggelt das wäre ja wenn ich mir die nehmen würde das wäre als würde jemand teleporter auf seinem server benutzen das wäre ja voll die schummelei gecheatet gecheatet Herr Hornbach Herr Hornbach schatten cheated oh ich höre ein lavasee ich höre geblubber blubber ist immer gut habe jetzt neue augen und er bricht aus das ist halt einfach eines der besten games die ich jemals spielen konnte ja da kann ich dir zustimmen habe ich bis heute noch nicht gespielt ok was passiert bloß ich fand ich finde die stimme einfach von dem charakter geil Herr Hornbach Herr Hornbach ich habe den lava fluss gefunden ah wenn gleich dort steht burnt in lava dann weißt du warum ein labasee meinst du schattenborn beste dialog von pappennase in vampires plotline schöne titel hm ich meine bei mir funktioniert es immer 10 von 10 funktionabel ich habe gerade zum ersten mal redstone gefunden ich bin ganz begeistert von mir selbst ok redstone ist halt einfach nutzlos wenn du dich nicht dafür interessierst vielleicht noch hübsch zum basteln weil es leuchtet wenn du drauf rumtrampelst du turnst es an wenn du drauf rumtrampelst quasi so ich würde jetzt gerne mal diamanten finden bitte auf welcher höhe bist du denn grad 6? 5? offener schön hier plupperts ganz schön überall ich habe Angst macht ihr einen Wassereimer? ich habe keinen Eimer und kein Wasser nun ich habe doch gesagt mach dir einen Wassereimer nicht gut das lapis taßuli oh lapis ist hübsch so wie mache ich das jetzt mit den fenstern ich glaube ich finde hier nie mal raus vor allem ich finde immer diamanten lass mich mal auf den server dafür müsste ich jetzt die whitelist anpassen und den server neu starten weil das nicht on the flavor übernommen werden kann man konnte achso man konnte glas scheiben ähm beziehungsweise man konnte weißes glas herstellen wenn man äh bone meal hat ne? ja hm es würde so einen leicht verschneiten eindruck hinterlassen ja komm irgendwo habe ich bestimmt noch bone meal ich einfach nirgends wo diamanten finde bei dir lapis lazuli ohne ende ja lapis findet man ne menge auf dieser welt das ist wahr wo habe ich mein x-ray texture pack mensch? Fetzen ist mal im Bett unity media mag scheinbar eh wieder nicht wirklich ok ja natürlich ist es unity media schön dass wir drei Leute hier haben mit unity media und alle drei sind suboptimal zufrieden damit die hat nen diamant einmal shiny und so von moana das lied ne ok schaust du eigentlich noch disney filme? also jetzt die neuen nö ok ich werde mir höchstwahrscheinlich mary poppins 2 anschauen weil ich schon immer mary poppins fan war ja aber 2 ich mein basiert hier auf kinderbüchern so und es gibt ja mehrere kinderbücher die ich glaube die dame heißt pl travis die es geschrieben hat die hat hier ein bisschen mehr geschrieben so wie finde ich denn hier wieder raus? was wollte ich jetzt holen? achso bohnenmehl ich bin an einem anderen ort angekommen warte was wollte ich tun? mhm mhm so leider immer noch keine dias gefunden ich müsste halt einfach nur damit ich irgendwie Knochen bekommen kann äh Monster anstellen ich überlege gerade ich überlege gerade ob das wirklich nie funktioniert hat doch Fluchttag Rebik 2 so war auch ein disney film eine fortsetzung bei einem disney film? ja Fluchttag Rebik 2 unter anderem finde ich den dritten am besten das ist aber da stehe ich glaube ich alleine da irgendwie welcher war der dritte nochmal? am ende der welt ah der war ganz cool sogar ok hier habe ich kein Bromier mhm ich denke gerade drüber nah also das ding an disney ist die haben halt nie viele äh viele viele Filme oder Fortsetzungen im Kino rausgebracht also es gibt ja auch Nilo & Stitch 2 es gibt ja auch ähm ja gut die Animationsfilme ja der Glockner von Notre Dame 2 gibts auch ne Aladin 2 gibts auch wobei Aladin 2 soll sogar relativ gut gewesen sein ne das war mit seinem Vater der Herr der Diebe und Marvel gehört doch jetzt auch zu disney also ähm Iron Man 2 äh Thor 2 äh Captain America 2 auch die Marvel Filme die guck ich so gerne ich muss gestehen ich mag Iron Man 2 nicht ja ist auch ja ist auch ich finde es auch der schlechteste Marvel Film tatsächlich also im MCU ne da finde ich Thor 1 und Thor 2 schlimmer die liebe ich ich liebe die Thor Filme Dark Aves ja finde ich finde ich ultra nice also wenn es jemand gefällt tut ihm das gefallen ich fand halt Iron Man 2 also ich fand die Thor Filme immer so ein bisschen langweilig und langweilig weiß ich nicht wie ich kann es nicht genau äh ausformulieren ähm aber bei Iron Man 2 ging es mir richtig auch den Sack dass alle sich gegenseitig unterbrochen haben ständig die Marvel Filme vor dem Kauf von Disney zählen nicht fucker Fluch der Karibik vergessen alle den 2 und 3 fand ich kacke Mulan ach Mulan hat auch einen zweiten Teil gehabt die habe ich nicht gesehen der war sogar relativ okay der zweite Teil von Mulan relativ sag ich ich fand bei Marvel Captain America immer langweilig ähm weswegen ich Captain America einfach mag ist weil er halt für den Kleinen da ist er mag Mobbern nicht deswegen mag ich ihn einen größeren Grund gibt es für mich nicht so und ich Jin würde sogar mitspielen hier auf dem Server ich glaube wir kriegen alle Streambar Leute jetzt rein also alle guten ich würde übrigens auch mitspielen äh ich muss dann wirklich mal gucken ob ich nicht vielleicht den Server nochmal vorher erweitern sollte von der Kapazität her dass ich mehr RAM drin habe ich hab halt auch noch einen Server man könnte ja theoretisch einen neuen aufmachen für die Streambar extra aber das könnte man auch tun ja ebenso falls es noch nicht klar war das haben wir schon mitbekommen Ravy alles gut guck mal wie wir jetzt alle einfach zu Minecraft angesteckt haben ja wir sind quasi die wir kriegen noch ein erweitertes Zertifikat wir sind die Influencer genau die Streambar Streamer die andere Streambar Streamer dazu animieren bei der Streambar Minecraft Server mitzuspielen so sieht es nämlich aus guys Minecraft Server heißt dann Streambar ja hüppel 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 ich muss halt wirklich irgendwie eine Minecraft Verbindung hinbauen zwischen den beiden Portalen ich spiele Minecraft nur noch modded Vanilla ist mir zu langweilig ja aber nicht mit uns weißt du bei uns ist es richtig cool ja ja wir sind voll cool Kinder ja oder ich arbeite für euch auch schließlich in der Rohstoffbeschaffung ja aber wir können auch ruhig mit 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 Mods zusammenspielen du bist ja ein Mod dann spielen wir quasi mit einem Mod versteht ihr Entschuldigung 10 von 10 best joke of the world was wollte was wollte ich oh Gott ich habe jetzt fast vergessen dass ich Boni wollte und deswegen halt 10 Minuten gelaufen bin 10 out of 10 would do this joke again so ich habe noch drei Knochen Entschuldigung boah es wird spät und die Witze spiegeln es wieder dann warst du nicht die gesamte Zeit dabei Raywie den hab ich ja noch nie gehört dachte ich mir ich weiß ich bin ein grandioser Wortwitzeschöpfer warte wie mache ich wie färbe ich Glas ok wow anstatt Diamanten finde ich Smaragde na gut Smaragde finde ich halt useless ja das ist dafür dass du Smaragde useless findest ich würde mich ja ein bisschen zurück halten für so Aussagen hier ja anscheinend ne ich kriege ihn in einer Marmel hier noch warum warum ich ah jetzt war schon boi es wird spät schon die Witze spiegeln mit dieser A hier ist es immer spät ja it's high noon so jetzt den Weg wieder zurück hoppeln jetzt den Weg wieder zurück hoppeln Omae Uama Shinduru NANI hi dive kick round one fight hadame ich meine es ist ja auch eigentlich ziemlich früh also von daher genau richtig die nur die frühen Witze kommen hier an die frischen die Premium Memes und wenn ich mitspiele kann ich der Pappnase auch mal sagen wie mein Name eigentlich ausgesprochen wird Jin Jin das passt doch jetzt müssen wir den nur noch jemand findet Tonic heißt spielst du Brawl Stars ne ich bin in Brawl nie so richtig reingekommen ich hoffe wir reden vom gleichen Brawl Super Smash plus Brawl also ich hoffe dass wir davon reden ich glaube nicht weil es sonst gibt mein ähm gesprochenes ähm kein Sinn nun das war schon mal das war falsch nein das war jetzt richtig Jin damit musst du jetzt leben es gibt hier kein falsch und kein richtig aber ich lieg richtig mit damals meine ich vor 15 Jahren oder so als ich meine erste E-Mail-Adresse erstellt habe bin einfach bei dem Namen geblieben im Gegensatz zu Jin der mittlerweile seinen vierten oder fünften Username hat seinen dritten Schattenborn war aber auch mein zweiter oder dritter meinen gab es leider nicht mehr auf Twitch deswegen Lord Pappnase ich finde das passt auch ganz gut früher habe ich meine Charaktere in der MMOs zumindest sind es immer den ersten Charakter äh Terter genannt und dann wurde ich in jeder Gilde Treter genannt weil ich halt quasi dieses klassische ich weiß nicht wie ich schreiben soll drum oder was ich habe so einfach ein paar Charaktere nehmen oder Buchstaben in diesem Fall und dann habe ich Terter gemacht oh hat funktioniert und seitdem war ich Treter weg mit der Lava ja dann der dritte lass mich halt ja jeder äh nicht jeder kann sich direkt auf eine Identität einigen einige müssen halt ein bisschen länger ausprobieren na ich meine ich habe ja auch irgendwann dann quasi die Leertaste in meinen Namen reingesetzt dass quasi ich Schatten bin und äh mein Profilbild ist born dementsprechend muss ich auch nicht mein Gesicht zeigen muss ich das jetzt verstehen ne was genau musst du nicht verstehen äh gar nichts auch äh hohe Steine abklopfen äh Minecraft äh oh äh okay ja meine Kraft ne und hier Steine machen ein bisschen rum kloppeln golden man kohl kohle 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 co Ja, guten Tag, ihr Pupsnasen. Heute wieder mit Minecraft ID-Di. Hallöchen Papierchen, ich bin's, euer Kronk. Ich glaube, jetzt gehen alle Zuschauer so. Nö. Ach, Kronk möchte ich jetzt nicht zugucken. Ja, das ist mit Abstand die schlechteste Kronk, die wir zu mir hier gehört haben. Und das ist Absicht. Ja, nö, da geben wir jetzt hier wieder ein paar scharfe Klatschen, mit der Puppelschaufel. Du hast mich gerade geweckt. Oh boy. Ja, nö, hier, wenn nicht zu klick, so... Ich muss gerade lachen, mein Turm schaut halt vom Weiden aus wie es... Goddammit! Ich wollte daraus kein Euphemismus bauen. Ja, nö, hier, ich komm hier zu Christoph Krach... Nö, und dann, äh... Machen wir hier ein Interview. Ich geh dann mal rüber zu Erik. Von welchen der beiden die Schlimmste? Das ist die Frage, ne? Ja. Er ist der Schlimmere von uns beiden. Sie kennen das, sie wissen nicht mehr, einen noch aus, da gibt es die Lösung rausgeräumt. Oh, das macht mich verkloppt, hier, da werd ich verrückt. So, das ist zu niedrig. Oh boy. Oh Gott, Alter, die alten Grog-Memes, ja, ne? Habt ihr auch ein... Ja, wir haben einen Andreas-Elsholz-Gedächtnis-Strand. Das ist eine Wüste. Das ist eine Wüste, in der man Sand abbauen darf. Ja, meine Zuschauer, ne, dann bringe ich euch jetzt immer mit. Oh please. Das Plumpsklo Gottes haben wir noch nicht gefunden, aber hier ist der Andreas-Elsholz-Gedächtnis-Stand, ne? Ich möchte mich von allen folgenden Aussagen distanzieren. Aber ich muss auch lachen, dann wird es immer schwierig, die Stimme zu machen. Ja, weil hier, der Schattenborn wettet. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass er die nächste, und jetzt kommt, meine Damen und Herren, die nächste halbe Stunde in der Stimme von Gronk redet. Das klingt erstmal unglaublich, aber ich würde sagen, wir schauen uns den Wettkandidaten erst einmal an. Jo, ne, hier siehst du das Wasser, ne? Das wird dann hier, das, äh, da ist es schon mehr, fast du. Ne, 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 da hinten geht es auch noch einen Block tiefer, ne? Da hast du hier so richtig tief. Ne, da, äh, ne? Und dann ist hier außen drum ein bisschen großer Strand, ne? Das ist hier die, äh, Sandstrand, ne? Das ist der Andreas-Elsholz-Gedächtnis-Sandstrand. Ne, ist hier zum, äh... Sandkloppen. Ende, Sufering, ja, hier gibt's kein Soufflé. Please. Wir finden noch die gültige Lockenmasse im Kopf. So kann man ja gar nicht eindösten. Entschuldigung. Nächste Woche dann bei Stefan Rapp. Ja, was war da denn los, ne? Ich weiß nicht, ob sie, äh, das hier gesehen haben, ne? Der liebe Schattenborn, äh, der Wahnsinn, oder? Ja. Ja, es ist aber auch mal wieder gut, glaub ich. Soll ich lieber Mickey Mouse machen? Nein. Nein. Dazu diese, diese... Diese, diese... Diese Melodie, mit der Brück bei mir grad, diese besinnliche, die passen dann ja nicht. Stefan Rapp vermisse ich. Das finden wir beide auch. Wir beide vermissen auch Stefan Rapp. Ey, yo bitches, Golddicker, ich hab Diamonds, ey. Donald. Oh, please. Ich kann leider nicht, äh, währenddessen reden. Das hab ich... Also, da brauch ich ein bisschen mehr Training für. Aber den, den grundlegenden Donald kann ich. Wo sehe ich deinen Diamanten? Leg die Hände zu den Drehenzern. Das Internet ist für uns alle Neuland. Oh. Damit hat Ravy jetzt nicht gerechnet. Siehste. Das ist für uns alle Neuland. Übrigens, weil ich schaust, dass das für meine explodierten Headphones... Es tut mir fast gar nicht leid. Es regnet mal wieder. Wie schön. Schön, ne? So, da kann ich eigentlich hier in die Ecken. Ja, ihr, die Highlights in unserem Stream, ne? Stefan Rapp, Thomas Gottschalk und Gronkh. Tja, guck mal, da ist Gronkh schneller in unserem Stream gewesen, als in seinem Klick-Zoom-Interview. Ja. Ich sehe zwei komische Menschen. Der eine klingt wie ein Moderator und der andere wie eine Ente. Das regelt die Streamer-Versicherung. Also wenn ich da irgendwie Mitsprache recht hätte, dürftet ihr nur noch gemeinsam streamen. Aber lustiger hat sie jeder von euch einzeln. Au, das geht jetzt voll auf mein Ego. So, hier sind die Bäume, die ich fällen möchte. Wir sind auch alleine witzig. Halt, Stab, jetzt bin ich witzig. Was für Versicherungen hast du da eine gezahlt? Ich glaube, du hast dich da über den Tisch ziehen lassen, Ravy. Die Witze sind so beschnitten, es ist sicher eine Witze-Ente. Das ist wohl doch nicht O. Ergänzt euch super. Ich meine, er ist halt plus null, ich bin minus null. Du bist nicht nur Subscriber-Trachen-Flamme, du bist auch Geschenk-Verteiler, ne? Wenn ich es richtig koche. Zumindest hat er da das Symbol für, dass er Leuten Zeug schenkt. Ich würde meinen, der arbeitet bei SAP. SAP-Verschenkt-Kram? Nein. So, bei mir brechen gerade übrigens die letzten fünf Minuten an. Das kann ich schon mal ankündigen. Was? Warum? Weil ich wirklich gleich noch was essen möchte und noch ein bisschen was anderes Kram vorbereiten muss. Ja. Ich habe halt noch vier Brötchen und Nordernaier-Rohschinken. Der Schattenborn, der ist einfach noch zu jung, der hält noch nichts aus. Mein Jungen freut mich, dass wir hier miteinander klarkommen, aber ich würde gerne etwas von meinen Nordernaier-Schinken essen. Ne? Oh boy. Immerhin ist das nächste Anheimat, das ich habe hier. Ihr seid alle Superfans. Und vor allem dieser Subscriber. Hört gefälligst auf, mich verlegen zu machen. Tut mir leid, aber wir verlegen dich halt gerne. So manchmal gerne auf den Kühlschrank. Ja, der Dingsbum ist da, der Schattenborn, der will ja... Ich habe gleich gefragt, warum spielen wir Peaceful? Und er dann so, ich bin einfach nicht so gut in Minicraft. Ich spiele das noch nicht so lange. Und ich dann so, ah, das wird schon, das ist voll gruselig mit den Zombies. Um fair zu sein, die geben mir halt wirklich Jumpscares. Alter! Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, deswegen habe ich auch relativ viel Energy-Konsum runtergenommen. Ich habe Diamonds gefunden. Kannst du ja einen Social-Eating-Stream machen. Das Ding ist, ich kann keine Facecam anmachen. Andernfalls seht ihr trockenende Wäsche im Hintergrund und das möchte ich nicht. Sieht ihr, deswegen hassen mich alle anderen Spieler, weil ich ständig Dias finde. Na, wenn ihr mich verlegt, hoffe ich doch. Ich finde mich wieder... Nun, also normalerweise finde ich Stuff wieder, wenn ich umziehe. Oder aber ich habe es dann auf ewig verloren. Eins von den beiden passiert dann. Wenn Schattenborn jetzt aber gleich aufhört, sollen wir noch ein bisschen Minecraft auf meine Einzelspieler-Map daddeln? Oder wollt ihr dann auch alle schlafen? Oder ist dann euch der Stream nicht mehr witzig genug, wenn ich allein spiele mich? Wir schauen jetzt da niemanden an, außer vielleicht einen Mod von der Streamer. Du siehst aus wie trocknende Wäsche. Nein, ich habe trocknende Wäsche hinter mir. Ich habe Wäsche gewaschen und irgendwo musste ja trocknen. Schlafen, was ist das? Außerdem, es gibt auch schon einen Stream, in dem man mein Gesicht gesehen hat. Und ich glaube nicht, dass er unbedingt gut ist. Ja, das kann man sich auch sparen, mein Gesicht zu sehen. Pappnase ist allein hier nicht auszuhalten.